jo servus zu einem weiteren streifzug durch die sortimente dieses mal im fokus kada kada ist eine firma die zu double eagle oder auch double i genannt gehört und die eine unterfirma darstellt von guandong shuangun toys industrial ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen die firma wurde im übrigens 1995 gegründet und ist ein spielzeug hersteller der sich überwiegend auf fernsteuerbares plastik spielzeug konzentrierte 2004 entwickelte sich daraus shang zu simica plastic toys auch hier keine garantie auf die richtige aussprache aus der dann wiederum double eagle beziehungsweise kada heraus in vorsprang kada an sich bewegt sich überwiegend im technikbereich was glenbausteine betrifft geht aber immer mehr in richtung standard steine deswegen verwundert es auch nicht dass ein großteil der hier besprochenen sets und sortimente überwiegend aus dem technikbereich stammen die steinequalität von kada war von anfang an hervorragend und bewegt sich auf go bricks beziehungsweise go bricks punkt 10 und lego niveau also es handelt sich hierbei nicht um irgendeinen billig hersteller mit billigen ramsch steinen wie es der eine oder andere hersteller noch vor jahren auf den markt geschmissen hat nein wir reden hier von einem hersteller in höherer qualitätsstufe angefangen hat kada natürlich wie alle namhaften china klembau stein hersteller als kloner beziehungsweise als nachahmer diverser lego sets diese halten sich allerdings im rahmen ich glaube es sind nur drei oder vier danach ging es schon los mit eigenentwickelten sets und eigenentwickelten designs ich wünsche euch viel spaß bei unserem streifzug durch das sortiment von kada wir beginnen mit der set nummer c4101 mit 283 teile handelt es sich hierbei nicht um ein set im eigentlichen sinne sondern um eine art umbautoolkit oder dergleichen um aus dem set c61 018 eben die hier abgebildete gelbe variante zu machen das ganze umbautoolkit hier ist auch unter nummer d 011 strich 001 erschienen ob diese beiden sets identisch sind kann ich nicht genau sagen aber so wie ich es ermitteln konnte gehe ich ganz stark davon aus der jeep wrangler oder auch offroad warrior genannt set nummer c51001 mit 531 teile erschienen im jahr 2016 wobei hier gleich angemerkt werden muss dass die jahreszahlen wie immer bei meinen videos wenn es um sortimente geht nicht ganz genau zu nehmen ist das wahnsinnig schwer ist sich im asiatischen markt zu orientieren und die richtige erscheinungsjahreszahl herauszufinden ich bleibe hier mal beim jahr 2016 und das ganze handelt sich hier wohl augenscheinlich um keinen geklauten mock sondern um eine eigenentwicklung aus dem hause kada der convoy truck set nummer c51002 mit 531 teilen scheint es sich hierbei um ein einsatz zu handeln einmal wäre es möglich einen ferngesteuerten truck zu bauen und ein ferngesteuerten flitzer oder sowas in der art der truck geht optisch schon ziemlich stark in richtung transformers der pick up king auch hier ein ferngesteuertes technik set set nummer c51003 mit 514 teilen auch hier wieder 2 in 1 der land rover defender set nummer c51004 mit 533 teile ferngesteuert motor betrieben und natürlich mit licht set nummer c51005 mit 549 teilen auch hier ferngesteuert sagt der google übersetzer einfach roter pick up nur gut passt ja irgendwo ne es gt police car set nummer 51006 mit 430 teilen soll wohl einem lego technik set nachempfunden sein zumindest in der optik die farben wurden geändert aber es genau ist lego portant konnte ich nicht ausfindig machen für all jene die privat importieren sei an dieser stelle schon mal eine warnung ausgesprochen diesem set liegt eine minifigur bei die noch gegen das 3d markenrecht von lego verstößt warum sie allerdings dabei ist entzieht sich meiner kenntnis das fahrzeug hat einen ganz anderen maßstab die minifigur hätte man getrost weglassen können mit dem interessanten namen sport sport k kommt hier ein grüner flitzer auf uns zu set nummer c51007 mit 453 teile auch hier ferngesteuert und motorisiert das hornet sport car set nummer c51008 mit 419 teilen auch hier wieder fernsteuerbar und motorisiert red storm set nummer c51009 mit 380 teile achtung auch hier wieder eine minifigur mit beiliegend formula racer set nummer c51007 mit 317 teilen auch hier wieder minifiguren gefahr der mobile crane set nummer c51007 mit 838 teile 1 2 in 1 set der mixer truck auch hier 1 2 in 1 set set nummer c51004 mit 814 teilen set nummer c51005 mit 561 teilen sagt der google übersetzer militärparadefahrzeug zum 90 geburtstag der gründung der armee ganz interessanter name der wohl so in einer deutschen übersetzung nicht auf die schachtel gepasst hätte red beetles einem bekannten westlichen fahrzeug design nachempfunden c51006 mit 472 teilen der dumptruck set nummer c51007 mit 638 teilen auch hier inklusive fernsteuerung der tiger one tank set nummer c51008 mit 313 teilen ein ferngesteuerter panzer mit verschiedenen motoren und akkuboxen und so weiter und so fort aber ich glaube schießen kann er nicht das toy factory 30 in 1 set set nummer c51 50 020 mit 827 teilen ist es hier möglich 30 verschiedene sets zu bauen die alle irgendwie motorisiert und fernsteuerbar sind ob es möglich ist mehrere modelle gleichzeitig zu bauen oder immer nur eins entzieht sich leider meiner kenntnis world war two military motorcycle set nummer c510021 mit 629 teilen ein ferngesteuertes motorrad mit beifahrerwagen aus der zeit des zweiten weltkriegs world war two motor cycle set nummer c51 022 550 teile ein weiteres ferngesteuertes motorrad dieses mal ohne beifahrerwagen ob man dieses motorrad allerdings wirklich fernsteuern kann ich wage es zu bezweifeln dass dieses motorrad auf dauer dies das gleichgewicht halten wird vermutlich wird man es nur auf den ständer stellen und der motor wird die räder antreiben fahren wird man es glaube ich nicht können police motor cycle set nummer c51 023 mit 539 teile auch hier ist ähnliche phänomen wie beim militärmotorrad zuvor ich bin mir nicht ganz sicher ob man ein motorrad wirklich steuern kann aber wenn man uns das bild hier anschauen ist eine fernsteuerung eine fernbedienung gar nicht mit abgebildet das heißt das motorrad ist gar nicht lenkbar darum gehe ich davon aus dass sich nur die räder drehen wenn das ding jetzt auf einem ständer steht der google übersetzer sagt hier einfach nur motorrad dazu set nummer c51 024 mit 484 teilen hier ist diesmal eine fernsteuerung mit abgebildet ich denke mal dass die reifen so breit sind dass das dingens hier auch steht wenn es nicht fährt und deswegen das gleichgewicht von selbst gehalten werden kann ohne dass es beim fahren umfeld gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus rockman set nummer c51 026 mit 930 teile handelt es sich hierbei einmal um einen bagger und einmal um einen mech wobei der name rockman nichts mit dem videospiel megaman zu tun hat ein 2 in 1 set mit dem lustigen aber irgendwie unpassenden namen kaka einmal ein roboter und einmal ein panzer ähnlicher skorpion oder sowas in der art natürlich auch hier wieder vollkommen motorbetrieben und fernsteuerbar set nummer c51 027 mit 710 teilen ein weiterer roboter dieser reihe dieses mal mit dem lustigen namen da da auch ein 2 in 1 set dieses mal ein roboter und eine felsbohrmaschine keine ahnung was das zweite da sein soll auf jeden fall haben wir die set nummer c51 028 und 606 teile der b 127 b port 2 in 1 set einmal als transformer und einmal als beetle set nummer c51 029 mit 1124 teilen ein weiteres unlizenziertes transformer set der f15 eagle bot auch ein 2 in 1 set einmal als mech und einmal als kampf flugzeug kampfbomber wie auch immer set nummer c51 030 mit 917 teilen sander snowmobile set nummer c51 034 mit 439 teilen handelt es sich hierbei um einen skifahrenden weihnachtsmann mit der schlichten bezeichnung dinosaur hier ein 2 in 1 set einmal als krokodil und einmal als kleiner raptor keine ahnung wie die dinosaurier art heißt set hat die set nummer c51 035 und 435 teile die piggy bank eine spardose eine baubare spardose ein ein sparschwein aus klemmbausteinen ja wer hat sich noch nicht gewünscht set nummer c51 036 mit 344 teile hat das ding ins hier mechaniken verbaut unter anderem licht und motor das heißt wenn ich richtig verstanden habe bewegen sich die ohren und die augen und noch diverse andere gliedmaßen sobald man oben geld oder eben diese runden technik briggs reinschmeißt ähnlich wie das schwein hier ein katzen ähnliches gebilde lucky cat set nummer c51 037 mit 525 teilen der mountain king ein 2 in 1 set einmal ein police mech und einmal ein hübscher blauweißer panzer set nummer c51 038 mit 556 teilen dinosaur triceratops und pterosaurus ein 2 in 1 set wie gesagt wie es der name schon sagt einmal ein triceratops und einmal ein flugsaurier set nummer c51 039 mit 530 teilen das offroad climbing car set nummer c51 041 mit 489 teile ein fernsteuerbarer monster truck mehr oder weniger monster der google übersetzer sagt hier ganz schlicht militärlastwagen was ja irgendwie vollkommen passendes ein ferngesteuerter militärlastwagen set nummer c51 042 mit 554 teilen der buggy set nummer c51 043 mit 522 teile ein ferngesteuerter buggy der an sich ziemlich hübsch daher kommt wann kommt endlich ein hersteller auf die idee einen roten strand buggy auf dem markt zu schmeißen mit gelben häuschen der warrior h2 ein fernsteuerbarer geländewagen mit 575 teile set nummer c51 044 unter dem namen pioneer kommt hier ein fernsteuerbares fahrzeug daher set nummer c51 045 mit 542 teile ist dieses set hier ideal für einsteiger in die technik welt und auch für jüngere technik bauer weil der motor und so weiter wie bei dem ein oder anderen kater set auch zuvor nicht gebaut werden muss es handelt sich hierbei um einen fertigen motorblock auf dem dann das chassis aufgebaut werden kann für jüngere für einsteiger für anfänger je nachdem das karussell mit der set nummer c51 046 mit 685 teile ein lustiges kleines karussell welches sich mit sicherheit gut macht in einer stadt oder dergleichen wenn man eine art kirmesplatz volksfestplatz kirchweihplatz wie auch immer hat scheint auch vollkommen motorisiert zu sein und wenn ich das ganze hier richtig interpretiert inklusive music box das pirate ship set nummer c51 047 mit 575 teile ebenfalls eine art karussell schiffsschaukel wie wir sie zuhauf auf diversen volksfest und kirchweih events bewundern bestaunen befahren können auch hier inklusive motor und music box dreadnought ist wieder ein zwei in ein set set nummer c51 048 mit 527 teile defensor hat nix mit hogwarts zu tun sondern ist ein zwei in ein set einmal ein police mech einmal ein polizei ketten fahrzeug oder dergleichen beides natürlich vollkommen motorisiert und fernsteuerbar set nummer c51 049 mit 556 teilen das set mit dem schlichten namen 918 set nummer c51 051 mit 421 teile ein voll motorisierbarer und fernsteuerbarer flitzer im lustigen müllabfuhr orange das crash racing car mit der set nummer c51 052 mit 585 teile hat wenn ich das hier so richtig interpretiert nicht nur die mechaniken verbaut es per fernsteuerung fahren zu lassen sondern wenn ich es richtig verstanden habe hat es teil in den schleudersitz verbaut das heißt bei einem crash wird hier der schleudersitz ausgelöst und die minifigur samt fahrersitz wird aus der fahrerkabine geschleudert auch hier wieder an alle privat impoteure aufpassen 3d markenrechtsverletzung inkludet das blaue phantom ja eins von vielen was bei kader erschienen ist hier vollkommen fernsteuerbar set nummer c51 053 mit 419 teilen set wind ein hübscher flitzer mit der set nummer c51 054 mit 457 teile das lightning sports car set nummer c51 055 mit 456 und 50 teile ein hübscher gelber flitzer der voll motorisierte rauben bagger set nummer c51 057 mit 544 teile ebenfalls vollkommen motorisiert der radlader set nummer c51 058 mit 491 teile der vollkommen motorisierte und mit soundbox ausgestattete iron tiger set nummer c51 061 mit 646 teilen ebenfalls motorbetrieben und mit soundbox ausgestattete iron kong set nummer c51 062 mit 637 teilen wenn jemand weiß ob diese teile aus irgendeiner asiatischen fernseh- oder manga serie sind oder was auch immer bitte in die kommentare damit king of the monsters wahrscheinlich gotzilla und der gleichen nachempfunden set nummer c51 063 mit 688 teilen das 488 race car ein ferngesteuerter roter flitzer die außenverkleidung dieses mal nicht aus technik steinen sondern aus standard steinen set nummer c51 072 mit 306 teilen ein weiteres blaues phantom dieses mal im maßstab 1 zu 20 vollkommen motorisiert und fernsteuerbar set nummer c51 073 mit 325 teile evo race car im maßstab 1 zu 20 vollkommen motorisiert und fernsteuerbar set nummer c51 074 mit 289 teile der champions racer set nummer c52 001 mit 159 teile ist wohl in einem lego set nachempfunden lego set nummer 420 26 erschien auch bei dekol unter der nummer 34 13 sowie bei s y set nummer 70 10 b der desert racer set nummer c52 002 mit 161 teile auch hier gibt es wohl ein unter der set nummer 34 13 bei dekol 34 15 sowie bei kunlong ql 040 1 das alles wild chariot set nummer c52 004 mit 164 teile erschien auch dieses set hier ursprünglich bei lego unter der set nummer 42 034 sowie bei dekol 34 16 und kunlong ql 040 0 wild chariot set nummer c52 005 mit 212 teile erinnert doch ein bisschen an ein badmobil und dergleichen der monster offroader c52 006 mit 182 teile ist wenn man die teile anzahl jetzt als referenz hernehmen dann unterm strich dann doch gar nicht so monster wie man denken möchte helikopter gunship 1 2 in 1 set einmal ein helikopter einmal ein mech set nummer c52 007 mit 275 teile der willet tank hier bin ich mir nicht ganz sicher ob es sich um 1 2 1 set handelt oder um den wirklichen transformer also ob man aus diesem panzer wirklich nen mech biegen kann nur durch klappen und umbiegen und nicht durch umbauen wer das weiß bitte in die kommentare damit ansonsten hat es hätte die set nummer c52 008 und kommt mit 294 teile daher der dump truck set nummer c52011 mit 301 teile lässt sich kombinieren mit dem set c52012 ist klar ne kaufst du mehr hast du mehr der excavator set nummer c52012 mit 235 teile das eben angesprochene set der sich mit dem vorgänger set zusammen zu einem neuartigen truck kombinieren lässt mobile crane set nummer c52013 mit 272 teile macht's optisch doch ganz schön was her wheel loader ein radlader mit der set nummer c52014 mit 213 teile das blue fandom 6 in 1 pullback set sechs verschiedene modelle die sich daraus bauen lassen ob es möglich ist alle sechs auf einmal zu bauen oder immer nur eins entzieht sich meiner kenntnis das set hat die set nummer c52015 und 509 teile das set mit dem schlichten namen rennwagen set nummer c52016 mit 144 teile mit dem schlichten namen rennwagen set nummer c52014 mit dem schlichten namen rennwagen set 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 mit dem schlichten namen rennwagen set